Ein wahrer Augenschmaus für Fans der monegassischen Royals bei dieser großen Familienzusammenkunft, dem Rosenball in Monte Carlo. Einmal im Jahr findet das Frühlingsevent zugunsten der Princess Grace Stiftung an der schönen Riviera statt. Gastgeberin Caroline von Hannover zeigt sich in einem stilvoll und edlen schwarz-rosa Kleid von Chanel. Gastgeber Fürst Albert erschien im klassisch-schwarzen Smoking. Besondere Aufmerksamkeit galt allerdings der strahlende Auftritt von Charlotte Kaziragi, die im funkelnden Paillettenkleid von Saint Laurent tiefe Einblicke gewähren ließ. Bester Laune zeigte sie sich mit ihrem Lebensgefährten Dimitri Razam und wir staunen erneut beim auffälligen Schmuckstück an ihrem linken Ringfinger, dem wirklich imposanten Verlobungsring. Ein gern gesehener und beliebter Gast des Events fehlte allerdings, Karl Lagerfeld. Viele Jahre war der Freund der monegassischen Fürstenfamilie für die kreative Inszenierung des Rosenballs zuständig. Deswegen ehrten die Gäste den im Februar verstorbenen weltberühmten Designer an diesen besonderen Abend. Jedenfalls wurde mit dem Rosenball der Partyfrühling in Monaco eingeläutet und wir freuen uns auf hoffentlich viele folgende Events und Highlights, bei denen wir die königliche Familie vereint zu Gesicht bekommen.